Los, Kinder! An die Arbeit! Meilen euch ein wenig. Wir haben wenig Zeit. Keine Reile. Wir schaffen es noch. Ohne uns geht's doch nicht los. Ich bin neugierig, ob heute ein Trinkgeld geben wird. Das wäre wirklich angewacht, damit man bei dieser Kälte etwas anheizen kann. Oh, verdammt kalt heute. Kalt! Max!